hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge sticks shots of darkness wieder mit rené das haben wir zwei versuche haben wir nur gebraucht und sie nennen es eine mine das ist ein kram wir hätten niemals herkommen dürfen da kommt die alten leier an welcher teil ist denn das der erste der gefärbten auf den mann hier mal am langweiligst ja insgesamt ist der hast du das video gesehen doch da habe ich dich drauf markiert der pizza wo ich dich markiert haben mit der pizza ja ja wo ich dich sauer was ist denn bei dem fall der legt die jetzt alle ab die explodieren ja nein das sind bestimmt von innen auf oder so alles klar ist bescheid weißt was abgeht rené da müssen wir hin speichern erfolgreich ha 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 rené du machst schon wieder steps ich bin halt runtergerutscht und direkt vor das wie vor hat es doch du kannst du an die an diese viecher ganz normal drin aber ich bin da guck mal da bin ich runter und ich bin halt von rechts direkt runtergeglitscht auf den nächsten und bin dadurch komplett runtergerutscht und seine ding an vorbei ganz süß ich spawne jetzt mal macht überhaupt keinen sound genau da oben sind du ich warte jetzt bis du da bist was denn ich bin halt runtergefallen und irgendwie auch nicht runtergefallen also ich bin noch gar nicht tot doch jetzt aber jetzt gewartet dass du spawnst ich stelle mich schon wieder an wie der letzte dreck step dreck step aber da kommt auf deine seite nix er ich habe nicht mal endlich mal was gefunden lehn dich erstmal zurück mein freund wie viele sind hier alle du kannst rechts das tor aufmachen Geh einfach rechts vorbei im Schatten Aber das Tor aufmachen wäre schon cool Macht er einfach Das findet er aber glaube ich nicht so geil Wenn ich das mache Wann sollte ich das dann machen? Weiß nicht Du machst gerne Quatsch Wie bist du jetzt dran vorbeigehen? Einfach gelaufen? Ja, weil er da gesägt hat Hat gesägt? Der da jetzt läuft? Ja Kann der nochmal sägen? Ist ja hier an dem Tisch dann umsägt Nee, da vorne vor so einem Wagen Oh, mehr Loot Ich sammle halt es Loot ein Heute bin ich von der Looter Oh, hier ist schlecht Bist du ganz hochgekrabbelt? Nö, ne? Yo, lock dich doch nicht zu mir Bald immer nur ein Schatten Oh Benutzt doch das Seil und komm hier hoch Nö Okay Hierum ist die Hölle los Ja, bei mir nicht Ja, aber wir müssen Kann ich jetzt was werfen? Okay, erstmal irgendwo reingesprungen Das Spiel ist schon ein bisschen anstrengend, Alter Für die Seele ist das nix Was? Wenn du jetzt hier runter guckst, Junge Dankeschön, Nico Dankeschön Ich hab die abgelenkt Nein Meine schon Meiner ist dann ganz plötzlich aufgeschrien Ach ja, da ist ja ganz plötzlich einer Guckst du einfach mal da runter Und zack, tot Wusste ich, hätte mich runterhängen sollen Tut mir leid Pass auf, der eine läuft hier Patrouille Der andere sägt die ganze Zeit Aber hier oben geht doch Oh, der Pencil Oh, der Pencil Nee Du bist so ein Depp, ne? Du bist so ein Depp Renn Wenn du stirbst, bin ich auch tot Wir sind tot Die haben mich hundertprozentig gesehen Alter, die banken gerade hier lang Ach du Scheiße Junge, ich bin richtig am Arsch Bude die ganzen Leute aufgeschrien Halt's Maul Das ging nicht Ich hab Bei mir war das in Ordnung Ich wusste nicht, dass ich den Hund bei dir aufwecke Ja komm, bitte überspringen Oh Gott Jetzt hab ich überspringen gedrückt Ich bin Ich wollte Ich wollte neu starten Hab halt alle Tasten geguckt Weil ich nie wusste, wo B ist Dann hab ich gleich runtergestammt Stark Kann man mal so stehen lassen Das war, glaub ich, mit Abstand Unser schnellster Tod Werde ich mir jetzt nicht Was ist sicher Das ist vielleicht der allerschnellste Und da waren wir auch zu zweit Aber der alleine war jetzt schon echt Der hatte was Ja, der ging schnell Aber jetzt weiß ich auch, wo B-Tast ist Sauber Okay, jetzt passe ich auf Jetzt warte ich erstmal, bis das Vieh sich bewegt Also, ich warte dann mal, bis ich dann mitspielen kann Ja, ich warte, ich lass die hier erstmal spawnen So, warten, warten, warten Spawn, spawn, spawn Lass mich jetzt mal spawnen, hier Geht doch War ja schon gleich alarmiert, der Wichser da unten Ja, weil ich gespawnt bin So, diesmal nicht da runter Er springt ja auch einfach durch War klar, wo Nein, wie hast du das geschafft? Ich wundere mich hoch, weil alle alarmiert sind Ich habe gedacht, ich mache mal einen schnellen Weg Nimm das Glas mit Ja Jetzt hast du mir wieder keins gelassen Achso, da ist ja eine Wache Ja, pass auf Was machst du da, René? Nix Naja, ich merke schon Da guckt einer nach dir, oder? Ach ja, wir kommen so bloß auf die Idee Der will gucken, ob du auf einem feinem Bettchen liegst Alter, was macht der denn jetzt? Nothing Ja, wenn nichts ist, dann geht er auch weg, Alter Ohne Witz Ich kletter wieder ganz da oben Hat eben ganz gut funktioniert Oh, mein Freund Du hast mich aber nicht gesehen Aber ich bin schon mal Ich klettere, dass es sei ganz hochgeklettert Zu deiner Information Ja, und ich bin jetzt halt einfach wieder runtergesprungen Weil ich ein Idiot bin Richtig Komm an Das war ja da, ist eh, ne? Alter, der hat mich fast gesehen Yo Bin ich mal ganz hier oben? Das ist ein Problem jetzt Du hast gesehen, dass hier oben Seile sind, ne? Yo, nee Ich hab gedacht, ich nehme den schweren Weg Merk's Also ich habe hier gerade den easy Weg gefunden, würde ich mal behaupten Und tschüss Also René Ich bin in einem Raum Wo Eigentlich viel Loot sein sollte Weil hier Oh, ich jump hier alles rum Ihr pennst alle Na, wa, 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 wa Ja, aber die wissen, wo ich bin Hundertprozentig Nicht sterben, René Ich betone ich Wie ging der nochmal fallen lassen? Weißt du das? Mit Festhalt Welche Taste war das nochmal? Ich habe gerade die falsche gedrückt B B Okay René, was hast du vor? Digga, ich musste mich gerade mal unsichtbar machen Wenn mich die Dude da jetzt sieht Hallo Da rein Oh, joh Oh, das Friesen Jo Sie ist da Oh Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken, als er sich gebückt hat Guck mal, hier geht's lang Jo, Alter Das wie, habe ich auf den Bildern schon gesehen Was für Bilder Ja, auf den ganzen Bildern von dem Spiel Schnelligkeit, Gold, ich geschafft Wichser Silber könnten wir eventuell noch schaffen Das sind wahrscheinlich 20 Minuten Ja Nimm mal alles mit Das ist ein Lebenstrang noch Ja, warte, lass mir den Kann ich mal Leben nämlich ausfüllen Ich bin gerade mal überlegen Ich nehme auch mal einen Hm, ich glaube es geht nur bei dir weiter Ja, irgendwie nicht so Wir müssen auch runter, glaube ich Ja, dann nehmen wir doch mal das Seil hier, oder? Was sind denn hier überhaupt Gegner? Toll Weiß ich noch nicht Doch, da rechts Jo, hier sind Krabben Wo? Hier sind auch Krabben Aufpassen Und Gegner Hey, ja Die habe ich schon gesehen So, auf die Krabbe läuft genau da lang Wo du jetzt bist Du weißt Ja, bist du jetzt an die zwei Dudes vorbeigekommen? Die Krabbe hatte ich gehört Jetzt habe ich ein Problem Lol, Alter, die sehen ja echt nichts Jetzt habe ich ein Problem Nee, ich bin direkt eben an einem Egal, jetzt habe ich ein Problem Ach du Scheiße, ich werde jetzt drauf gehen Boah, bitte lass dich nicht hier lang kommen Wenn ihr jetzt hier lang kommen, habe ich ein Problem Wenn der Dude da jetzt da lang kommt Was hast du jetzt gemacht? Ich habe es geworfen Ich habe es gehört Oh mein Gott Ich bin oben drauf irgendwo Finde den Eingang Oh mein Gott, René Was hast du da angelockt? Renn mal Ja, keine Ahnung Das war gerade scheiße Ich bin dann aufgekommen Und stand auf einmal Ich warte jetzt erstmal Bis du wieder da bist Ich bin halt nur oben Ja, ich sehe es Aber da ist ein Seil Da kommen wir ganz schnell runter Ja, ich habe mich erstmal hier geflüchtet Boah, war gerade ein bisschen knapp So, du bist wieder da So, wie bist du heute? Ah, da Oh, die Fliege-Dudes Gehen mir natürlich mega auf den Piss Andere Frage Müssen wir überhaupt da runter? Ja, er steht Findet den Na, hat er mich nicht gehört? Small Was wartest du jetzt? Oh nein, verstanden Der hatte ich gesehen, Dude Ah, GG, René GG Da ist unser lieber Alarm wieder Ah, wir haben 2 von 5, also 20 Minuten sind auch gleich rum Bronze, hast du mal 45 Minuten Zeit Alles klar Ist egal Aber Punkt Ist eigentlich geschafft Komm, Spawn Alles klar Ich finde den Weg scheiße Ich nehme einen anderen Ah, Digga Gib mir den Piss Habe ich nicht irgendwas zum Ich bin schon wieder tot Er will sich nicht festhalten Wenn er so weit von oben fällt Lässt sich das Spiel nicht flaxen Jo, Alter Diese Krammen, ne Die sind halt ultimativ Die hören ja Die hören sogar Wenn der Sand Oh, lol Du kannst die Du kannst die Dinger mit Sand stun Du kannst die Fliegeviecher mit Sand stun Ich habe natürlich keinen Sand mehr Ich glaube, ich habe auch gerade eins gekillt Jo, ich habe auch gerade eins gekillt Aber es hat nicht als tot gezählt Da läuft irgendwas lang Jo, mach mal schön das Licht an, du Wichser Oh, der macht das Licht gar nicht an Warum hat der denn jetzt gar nicht das Licht angemacht? Welche Taste musst du mal mal fallen lassen? Du drückst halten Wie fallen lassen? B Ach, R, du meinst RT Du Hurensohn Als ob da auf einmal die kleinen Viecher ausbauen Und mich direkt bemerken Richtig Ich hatte dasselbe Problem gerade Du meinst jetzt, um sich dann festzuhalten Wenn man sich fallen lässt Ja, genau RT Also R2 Lass mir mal die Flasche Warum? Weil ich die brauche wahrscheinlich Ne, nicht die Flasche, sondern das RT Achso, weil ich irgendwo runterfallen wollte Was ist ein RT? R2 R2, okay Alter, wo müssen wir denn hin? Hast du was gefunden? Du hast, ich finde den Eingang Ja, du standst doch da schon, du Grottel Ja, lass mich mal raus Wir müssen doch da runter Oh oh Ja, jetzt wollen wir entdeckt Weil du mir im Weg standst Nimm mal einen Lebenstrank und spring einfach da runter Nö, kein Spaß Ich probiere das gleich mal aus Bitte spawnen, Alter Schnell, schnell, schnell So Kommen die hier hinten hin? Ne, ne, die wissen das gar nicht, dass wir hier hoppen Ich trau dir irgendwie nicht Wie kommen wir um Gottes Willen da runter? Vielleicht gibt es den ganz einfachen Weg Bist du da jetzt runtergekommen? Ja, ich bin da einfach runtergejumpt Upsala Da habe ich außersehen gepfiffen Loll, da ist ein Troll Das sind mehrere Trolle Okay, ich komme nicht weit genug Das ging wirklich, René Ja, ich habe mich sogar da unten festhalten können, Alter Pass auf, da sind gleich zwei Stun-Viecher Da geradeaus Wo bist du? Bist du die Pflanzen unter den Pflanzen lang? Ich lenke die Wachen ab Er kommt da als durch, Alter Jetzt haben sie mich Aber ich habe sie abgelenkt Er hat mir nicht viel gebracht Sicher? Oh ja Ähm, pass auf Neuer Plan Neuer Plan Wir müssen da hochkommen Ja, ich weiß Hat sie dich links lang? Da, meinst du? Ja, warte aber Er ist ein bisschen sprung Nee, ich glaube nicht Na, warte, ich mache das jetzt hier Nein, kann man nicht Doch Da, meinst du? Idiot, Idiot Alles klar Alles klar Okay, nicht machbar da rein Das wusste ich nicht Die haben mich nicht gehört Die haben sich sofort gekillt Ja, ja, die spawnen einfach Und zack, wollen die nicht haben Pass auf Ich gehe vor Du rennst mir sofort nach Nee, warte, ich spiele das jetzt Ja, aber ich habe keinen Sand mehr Das ist ein Problem Und er ist scheiße Hast du beide weggemacht? Ja So, hier oben sind Warte, bitte, Gurt Hier oben sind zwei Trolle Ich weiß nicht, was die für ein Gehör haben Ja Ja, auf geht's Ja, komm erstmal, Jo Alles klar Jo, die hören uns Ach ja Ich bin tot, weil ich runtergefallen bin Du bist so ein Idiot Alter Was denn? Ich wollte schnell runter Ja, weil du einfach mit stehend gelaufen willst Ich wollte hier halt Ich wollte gucken, wie aggressiv die sind Ja Anstatt mich einfach erstmal durchlaufen zu lassen Weil jetzt erst das oben war Nö Du läufst einfach mit voller Gelauten Stärke Einfach da lang Du warst nicht im, äh, Dings Am, äh Gleichen Stand ist Also Machen wir dasselbe nochmal War ja jetzt einfach Bis dahin Ja, total, Alter Anarmiert Was ist denn das jetzt hier? Schön, ne? Ja, was hast du hier gefabriziert? Ja, ich Ja, du bist hier hochgeeiert Warum ist der denn noch alarmiert? Der sieht mich hundertprozentig, wenn ich mich jetzt umdrehe Micha, was du da unten jetzt machst Jo, jetzt rennt der los Es ist ja auf Jagd Ich flippe aus Und jetzt kriegt er dich Läuft Machen wir dasselbe nochmal War ja jetzt einfach Hast du gesehen? Ja, hier sind ja auch die Dings Guck mal Was denn? Die Seile Ja, lol Ich geh mal unten lang Ist egal, das funktioniert Ja, packen wir erstmal irgendwie in der Luft rum Ist okay, ich spiel Ja, easy Weg, hä? Ja, ich wollte eigentlich schwingen Und dann ging es irgendwie nicht Das hier wird die Laufkombination von dir durcheinander gebracht Lock die rechts rum Lock die rechts rum Nicht da rum Bitte stirb nicht Machen wir dasselbe nochmal War ja jetzt einfach Tschüssigowski, René Achso Boah, nee Der sieht mich Genial Boah, Junge Ich bin tot Du bist auch tot Du alle aufschreckst Weil ich auch nervös Und musste ganz normal Den Aufgewicht, der da schläft Machen wir dasselbe nochmal War ja jetzt einfach Boah Können wir jetzt einfach da ganz normal lang gehen So wie ich das letzte Mal gemacht habe Weil das übel easy ist Man muss einfach nur Zwei Das ist ein Weg Man muss einfach nur das finden Was da steht, Alter Was da auf dem Bild angezeigt wird Bin in der Meinung, dass das so aussah Der Schabenbau, Alter Wichsbissio ist das Das ist ja nicht so schwer Das auf dem Flugschiff war Diese komischen Käfer Gehen mir mega auf den Piss Die finde ich am schlimmsten Das wird nichts Das wird nichts Das wird nichts Ich fand das so geil Ich wusste schon im Flug Dass das nichts gibt Machen wir dasselbe nochmal War ja jetzt einfach Ich weiß jetzt was du meinst Ah, die können keine Pass auf, die können nicht springen, oder? Die machst du mit Pfeilen weg, die Viecher Die hab ich natürlich nicht Aber jetzt weiß ich, was du für rote Dinger meinst Das ist nur jetzt Alter, das ist doch so ein ganzer Bienenstock Jetzt hier Das ist das, wo wir dann rauskamen Ich hab auch keine Pfeile mehr Warte mal, warte mal Ich hab ne Idee gehabt Alter, ist doch grad voll spannend, ne? Die Scheiße Ich hab ein Problem Jungen, war das knapp Ach du Scheiße Komm Die explodiert nach einer Zeit, René Ich hab hier gerade ein richtig fettes Problem Das Vieh bewegt sich nicht Was hast du geworben? Ach, wir waren doch schon bei den Orgern, ne? Da waren wir schon Bist du gerade safe? Nee Ich bin hinter dir Noch bei den Viechern Was hast du gemacht? Ich bin über das Vieh drüber geschwungen Warum? Weil der bewegt sich nicht Hör auf Pass auf Da rechts sind die Eier Sind jetzt zweimal Eier Da ist noch ne Pflanze Du hast die Eier aktiviert Nee, doch nicht Hast du noch Sand? Ja Warte kurz Warte kurz Wenn dann will ich nachgucken Aber erst wenn ich safe bin Oh, Junge Warte Ich hab noch Sand Ja, hier sind die Fliegeviecher Mach die mal beide weg Ach, jetzt ist das grad weggeflogen Die beiden müssen noch weg Dann packen wir's Hab ich Gerade am überlegen Meinst du guck mal, guck mal, guck mal kurz Siehst du das da links? Da kann man auch lang Meinst du das Ah, der ist Den Sprung schaffe ich nicht Nee, den Sprung schaffe ich nicht Loll So Digga Schleichen hast du gesagt, ne? Lass mich vorgehen Ja Mach du mal Pass auf Das ist jetzt nicht so gut Jetzt haben wir hier auch noch Ogre oder Orks Oder Was weiß ich für Viecher Am Hals Kommt's hier oben gar nicht lang Wo muss man lang? Hier unten vielleicht Hier kannst du runter Ja Nee, hier geht's nicht lang Oder? Da kannst du Loot Nee Kannst du nicht lang Du musst hier oben lang Ich Weiß nicht Wo wir Vielleicht müssen wir auch nach rechts Vielleicht hätten wir nach rechts gemusst Oh mein Gott René Wird nach rechts wahrscheinlich gemusst Da Boah Junge Du hast aber dicke Cojones Jo, der hat dich schön gesehen Der andere sieht dich Ich bin immer so vorgegangen Ich hab mich immer runtergegangen Oh Junge Der hat dich gesehen Oh oh Ich bin tot Die machen so ein Smash auf dem Boden Und dann stirbt man Bin's Nice Gut, dass du's aufwand hast Wieso? Weil ich ja nicht tot Naja, ich spawn jetzt wieder Ab geht's Wo geht's jetzt lang? Alter Wo bist du jetzt da lange gegangen? Weil der dicke sieht mich noch Hey, dicker Ja, wieso kann man denn nicht? Keine Ahnung, wie ich mich da jetzt festhalten konnte Warte, bleib doch einfach mal erstmal da Dann lass mich einfach erstmal ausprobieren Vielleicht müssen wir auch innen lang Hä? Nee, wir müssen auf das Ding da Okay, ich glaub ich hab den Weg gesehen Als ob du jetzt hier bei mir bist, Mann Hä, was denn? Bleib doch mal ganz ruhig Kann es sein, dass wir hier hinten lang müssen? Ja, komm mal mit Vielleicht gehst du da hoch Ah lol Okay Was denn? Ich glaub wir müssen hier hinten lang Wir müssen oben lang Sicher, dass wir nicht hier lang müssen? Guck dir doch die Konstruktion mal an Du kannst da links irgendwie als langschampen Hm Das ist ein einziger Da ist nur ein Tisch Da ist auch eine Nutte vor Scheiße Wie machen wir das ja jetzt hier? So viel Unsichtbarkeitszeug hab ich nicht So lange bin ich nicht unsichtbar Also ich glaub wir müssen hier drinnen lang Ich buddel mich jetzt mal hier drinnen lang Aber diese scheiß Krabbe, ne? Ich bin gerade tot Alles klar, dann warte ich lieber Oh, jetzt wär genau der Zeitpunkt Wo ich laufen hätte müssen Spawn mal Ich glaub wir müssen hier drinnen lang Bleib mal da Bleib mal kurz in Sicherheit Okay? Hm Ne, noch nicht Oh ja, jetzt Alles klar Da drinnen lang, ne? Ich würde behaupten, dass das nicht machbar ist Da sind Alter, das ist eine Krabbe, die dich auf jeden Fall hört Und Also ich bin da jetzt einfach mal reingeraten Um zu gucken, was da jetzt so abgeht Da sind so sieben, acht Wachen und so Frauen, die sich erschrecken vor dir Dann alarmieren die die anderen Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Lol, ich glaub ich hab den Weg gefunden Kann das sein? Ich hoffe der Oger sieht mich jetzt nicht Ne, hier geht's auch nicht lang Leute, die sind alle noch alarmiert Wichser Er killt mich einfach Durch die Ah Snipe Gesnipet Die haben mich gesnipet, René So Ich kann jetzt gleich spawnen Der hat ich gesehen Der hat Alles klar Ja Ja Schön, dankeschön Jo, es ist egal Jetzt hier mit den Mit den Aufträgen Aber ich will mal wissen, wie es weitergeht Ich auch Ich hulle, ob wir müssen da drinnen lang Man kann bestimmt auch außen lang Aber ich finde, ich finde den Weg nicht Der so ist scheiße Ja, aber Wo willst du hier lang? Okay, da an dem Pfeiler kann man nicht hochspringen Merk fällig gerade auf Ja Pass auf Prissy Überleb mal Du Idiot Was denn? Du bist safe Das ist ja aber jetzt gerade anstrengend Der ist immer noch alarmiert, der Wichser Was pumpt der sich denn jetzt so auf? Macht Muskeln, also Warte, pass auf Der dreht sich gleich um, wenn ich weiterlaufen kann Du eigentlich blöd? Das ist dein scheiß Ernst Ja Du hast mich jetzt getötet Das ist zu spaß Ne, nein, nein Na Nico Da hat deine Intelligenz einfach wieder richtig hart zugeschlagen Ey, ist das dein Ernst Ist das dein scheiß Ernst gerade hier passiert? Der hat dich gekillt Und ist straight auf mich zugelaufen Der wusste gar nicht, wo ich bin Ja, aber weil du Scheiße gebaut hast Der wusste gar nicht, wo ich bin Der konnte Der konnte Nicht Wissen Wo ich bin Klar Weil das will ich dich ficken will Deswegen konnte das wissen Jetzt start Machen wir dasselbe nochmal War ja jetzt einfach Hau das Vieh weg Kann ich nicht Ich hab übel Lack gehabt Ich hab übel Lack gehabt Ich bin außerdem runtergerollt Der hat das nicht anvisiert Das Fliegevieh muss weg Dann können wir da hoch Ich glaub wir müssen da hoch Ist doch egal ob wir unten oder oben lang gehen Nein Lass uns da unten lang gehen Das hat doch letztes Mal aufgeklappt Nein Nein, nein, nein Ja, weil ich der Meinung bin Dass wir hier unten nicht weiterkommen Wieso meinst du Ja, aber zu den Trollen müssen wir sowieso Ja, glaub ich nicht Wer ist da jetzt hochgekommen Scheiß 4 Mal gucken wie du da hochgekommen bist Ich bin tot Bleib mal da wo du bist Ja, ich warte jetzt auch mal bis du sports Weil sonst Wache ich Sobald du gesport bist Sonst ist mir das hier zu unsafe Achso Ich weiß warum er das nicht auswählt Ja, weil du es nicht angebetet hast Ja Dankeschön Nice Oh, hab ich auch Schwein gehabt Ja, ich nicht Und tschüss Bist du denn jetzt erledigt worden Weil ich den Jump nicht geschafft habe Achso Weil ich irgendwo hängen geblieben bin Oh, hier ist ein Krabbelvieh Lass mich Geh mal runter Lass mich mal spawnen Ja Oh mein fucking Gott Komm hier nicht hoch Wobei hier ist eine Truhe Kannst du auch noch rein Ach du heilige Mutter Der hat dich fast gesehen Jetzt weiß ich wo wir sind Das ist der Raum Von dem du auch von der anderen Seite rein kannst Wenn wir du Ah, jetzt weiß ich wo wir sind Weißt du noch wo ich gesagt habe Das ist der Raum wo du nicht durchgehen kannst Ja, ja, ich weiß Das ist der Raum Ja, ja, GG Hier ist scheiße Hier ist extrem kacke Geh den da rein In die Box Der kommt gleich wieder Also von der anderen Seite Kommt jetzt gleich die Wache Vielleicht auch noch mal gerne sind Wo gehst du jetzt lang? Bist du sicher? Wenn ich Ja Gut Wer wollte ich schon nicht hören Schau mal gerne bin Ich bin mir Ich bin mir Ich bin mir Ich bin mir Der eine geht hier lang Hallo Hi Ich versteck mich mal kurz hier drin Pass auf, da kommt einer Der geht hier lang Der geht hier immer eine Runde Und der andere auch Warte Jetzt könntest du rein Rüttel, lang geht Aber der steht hier Das hat er aber eben nicht gemacht Pass auf, oben ist eine Frau Die darfst du nicht erschrecken Die alarmiert die Wache Pass auf, der kommt jetzt gleich zu dir Der sieht dich Nicht Alles klar Wie bist du jetzt an den vorbeigekommen Keine Ahnung Also Weißt du Alter René 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 Wir sind so behindert Welchen Hebel Wenn du den Hebel ziehst, ne Dann fällt die Das ist die Hebel für die Glocke Mein Freund Geht halt Oh Mann Jetzt sind wir da Ja genau Das ist der Raum Hab ich dir gesagt Hier muss man irgendwo lang Das ist die Hebel zieht Ja Da fand ich es bei den Viechern Lol Alter Jetzt suchen die nach mir Ich habe hier drin nichts gemacht Geil 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 Äh, Toki-Jesus, oh mein Nei, der wird mich jetzt gleich töten, und zwar richtig hart. Der nimmt mich jetzt gleich schöner Nei. Er ist tot. Nicht in der Shadow. Ich bin tot. Nee, warum? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du jetzt? Bist du da hingekommen? Ah, lol. Kann man da oben lang? Suche als. Pass auf, die suchen noch nach uns, ne? Lol. Das funktioniert nicht. Ich verstehe sowas. Warte mal, ich lasse mich kurz töten. Dann suchen die uns nicht mehr. Bitte bleibt mal kurz safe stehen. Ich will mich mal eben töten gehen. Bitte stirb jetzt nicht. Weil die suchen immer noch nach dir. Ich bin doch gestorben. Ah, ihr Hurensöhne. Lecker, so hart bei mir. Gibt's irgendeinen simplen Trick, den wir übersehen. Ojo, die werfen die Überaufstellen erstmal da alle durch, Alter. Ja, musst du aufpassen. Ich warte jetzt kurz. Was jetzt? Wenn sie langsam auch nach uns zu suchen. Ja. Die übertreiben es da dringend dann schön. Bitte, können wir mal bitte den Weg finden? Wenden, das ist so übelst offensichtlich und wir sehen es nicht. Warte mal kurz. Nein, ich hab mich nicht am Rand festgehalten. Boah, Junge, ich wollte hier gerade runter springen. Ja, das ist aber der Weg, von dem du, wo die Viecher sind, ne? Ja, ja, ich will es trotzdem noch probieren. Ich warte auf dich. So, jetzt mach ich aber auch mal was, ne? Okay, geht nicht. Geht nicht. Warte. Ich hab zu wenig Leben gehabt. Hab ich nicht drauf geachtet. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das da unten richtig ist. Warte. Nein, nicht im Lagerruf. Das bringt uns aber nicht weiter. Er könnte noch einen Haltdrang nehmen und einmal da runter springen, aber... Ja, was auf. Ich nehm jetzt meinen letzten Haltdrang. Idiot, lass mich da jetzt spawnen und dann... Ach so, ich hab jetzt nicht dran gedacht. Ist egal. So. Okay, das geht nicht. Aber ich hab's überlebt. Voll klug, dass wir jetzt beide hier runtergejumpt sind. Ja. Nee, den Trick hab ich jetzt noch nicht. Toll, jetzt haben wir die Fliegeflieger wieder am Arsch. Machst du die? Ja, nein. Ich versteh noch nicht so ganz, wo man lang muss. Wir sehen's einfach nicht. Hundertprozentig. Wir sehen's einfach nicht. Digga, warum kann ich den nicht werfen? Du hast dich ausgewählt. Doch. Tasche Sand. Ich warte lieber. Ja. Jesus, he knows me. He knows I'm right. Hey, talking to you, Jesus. Haps. Er kann direkt werfen. Nehmt nicht. Du bist hier, ne? Du bist safe. Ja. Das da, ja. Was ist das da? Das geht nicht. Ah, das wollte ich unbedingt schon die ganze Zeit probieren. Jetzt weiß ich, glaube ich, wo wir lang müssen. Bitte stirb jetzt nicht, ne? Ich bin nicht da. Nein, noch nicht. Drei Sekunden. Ich glaube, ich weiß nicht. Bitte nicht. Ich hab's jetzt. Ne. Alter, Digga. Ich weiß, wo wir lang müssen. Oder? Also, ich hab's jetzt noch nicht so ganz gesehen. Ist es das nicht? Ich dachte, da wäre ein Loch. Ich dachte, das wäre das. Schade. Oh, Junge, was ist denn jetzt mit dem Oga hier oben los? Das mal auch mit dem Suche, mit diesem... Oh, ey. Hier, ich geh mal kurz drauf, ne? Damit hier oben nicht mehr Akku sind. Wobei, juckt ihn gar nicht. Juckt ihn einfach nicht. Wen? Den Oga. Wollte nicht gucken. Ich hänge hier nicht. René, ich stirb jetzt nicht. Ich bin tot. Ich hab's gefunden. Du hast es gefunden. Ja. Und deswegen bin ich stolz. Es ist so simpel. Wir sind so dumm. Wir sind einfach so dämlich. Was denn? Das ist ein verkackter Schalter. Da ist ein verkackter Hebel. Es ist ein scheiß Hebel direkt da bei dem Oga, Alter. Damit die scheiß Tür aufgeht. Machen wir dasselbe noch mal. War ja jetzt einfach. Oh, ich hab durch das Loch gerollt. Nice. So, du gehst jetzt vor. Ich warte jetzt hier. Ja, du wartest dahin. Du weißt jetzt, wo das ist. Oh, Junge. Boah, ich hab recht Gänsehaut. Weil das so... A, aufregend, B, scheiße ist. Bitte. Zieh den Hebel. Was hast du jetzt gemacht? Hast du jetzt nur eine Tür aufgemacht? Boah, ich seh den Hebel auch. Ich seh den Hebel auch. Es gibt auf beiden Seiten den Hebel. Ich warte jetzt hier. Ich seh ja, was du da unten machst. Oder muss man... Kommt das Zwischensequenz? Wie denn Closed? Nee, nein, 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 nein. Wenn ich stirb bitte nicht. Hier oben ist grad... Ganz schön. Der Oga mag mich grad nicht mehr so ganz. Hallo, Oga. Oh, cool. Fertigkeiten. Was ist denn da unten? Boah, ich liebe es, wenn du mit mir redest. Ja, ich, äh... Ja. Was, jetzt sind hier alle alarmiert? Ja, Gott, Richtigkeitspunkte verteilt. Das Spiel packt grad ein bisschen. Kann ich kurz sterben? Oh, nee, dann sind meine ganzen... Sachen weg. Ging das nicht früher? Ich hab Fertigkeiten verteilt. Oh, fick dich. Oh, Gott. Die Mission fucked ja übel ab. Hättest du uns gefressen. Oder so. Mutti wurde gefüttert. Ja, das ist sicher so. Jetzt kommt ein neuer. Oh, nö. Was ist hier jetzt ein Endbox-Fight, oder was? Was geht denn jetzt ab? I think that piece of quartz has my name on it, Buggy. Time to die. Nice. Was haben wir hier? Lol, jetzt bin ich immer noch hier. Wie komm ich zu dir? Das eine Tor ist offen, hast du gesagt, ne? Ja, müsste. Alter, der schießt ja mit seinem Code-Scheiß, Alter. Ich bin gleich bei dir. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Alter, Jogi, das war richtig knapp. Komm hier nicht mehr weg. Ja, ich komme. Bist du links durchgegangen, hä? Komm hier nicht mehr weg. Ist alles egal, wo du durchgehst. Oh, hier liegt noch Goldharztrank und hin und her. Oh, Fertigkeit. Oh, ich mache jetzt mal Fertigkeit. Hast du drei Goldharztränke, du Wichser? Ja, scheint so. Was macht der da? Ballert der da jetzt als hin, oder? Ja, er ballert da jetzt dieselbe Stelle und ich kann nur nach oben springen. Ich müsste es ihm mal für mich ein bisschen ablenken, damit ich mal wieder hier aus der Ecke raus kann, weil... Jo, habe ich. Ich sterbe jetzt. Oder auch nicht. Ist gerade so geschafft. Habe ich nicht abgelenkt? Ich habe es ja nicht mal selber ausgeschafft, Alter. So, pass auf. Wie funktioniert das denn jetzt? Wirken muss die Dinger hier irgendwie... Leute, das brennt ja. Okay. Das Feuer macht anscheinend keinen Schaden. Aber gut zu wissen, dass der jetzt hier als in die sterbe Stelle ballert. Aua! Ich bin jetzt mal links hochgekrabbelt. Ah, das ist aber nicht so geil jetzt hier. Muss man irgendwie die Seile lösen? Oben sind ganz viele Seile. Ah, ne. Ich habe gerade gesehen, was man machen muss. Ja. Hier unten sind fertig. Ich bin tot. Oder auch nicht. Ich habe oben eins gemacht. Voll ja gerne Endposts fight, Alter. Zick, 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 zick. Mal was anderes, ey. Ohne Scheiß. Ich habe da einen anderen. Ja, mich auch. Das macht gar kein Damage. Du musst oben den mal machen. Unten fehlt nur einer. Ich mache den unten. Das macht ja nichts. Aua, 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 aua. Der schlägt ja mit seinem Fäustchen. Hast du den da unten mal gemacht? Ja, mache ich jetzt. Ja, macht es unsichtbar oder so. Boah. Habe ich. Wir haben es geschafft. Nein, wir müssen es noch nehmen. Ich sprinte. Oh, oh. Oh, das sind so... Ah ja, warte mal, warte mal. Ja, warte. Ach komm, Vollgas. Ab geht's. So, siehst du. Oh, wasser. Oh, a goblin. A goblin has killed the queen. Oh, a goblin. Oh, a goblin. A goblin. A talking goblin. A talking goblin has killed the queen. Oh, shit. Maybe I should have kept my mouth shut. geil alter so das hat uns jetzt drei ich will gar nicht wissen wie lange ausgelöste alarme minus 3 also haben wir 800 punkte bekommen ja wir haben mal punkte bekommen das ist das letzte mission liefern ist sogar aber wir haben wenigstens hier keine todeschatten haben wir noch hingekriegt und zeit ging auch noch gold silber branche geht ja so damit verabschieden wir uns erstmal von der mission vielen dank fürs zusehen und bis zur nächsten folge